Glück auf Schalker und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Bei unseren Schalkern berät man aktuell über den Ausstieg aus dem Vertrag mit Hauptsponsor Gazprom, Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer am BVB und auch Aufsichtsratschef der DFL sollten eine Kündigung spawnen in einem Statement Respekt für den Umgang mit der aktuellen Situation. Erstmal bin ich sehr froh, dass sie Schalker Haltung gezeigt haben. Wenn es dann zu der Solidarität der anderen Klubs in Deutschland bedarf, um diese Situation einigermaßen gut herauszuführen, müssen wir darüber diskutieren. Wie wir das hinkriegen können, so Watzke. Beim Gastspielmann Karlsruher SC waren ja die Schalker bereits ohne Gazprom als Brustsponsor aufgelaufen. Sämtliche Fanartikel mit dem Logo des russischen Gaskonzerns wurden ja zudem aus dem Sortiment genommen. Bernd Schröder, seit Anfang des Jahres Vorstandsvorsitzender bei den Schalkern, hat bereits Kontakt zu Watzke aufgenommen. Bernd Schröder hat heute mit Aki Watzke telefoniert. Es war ein gutes Gespräch zu den Inhalten. Sagen wir vorerst nichts, da bitte ich um Geduld. Zitiert die Watzke eine Mitteilung des Klubs am Sonntag. Für die finanzielle Tragfähigkeit ist Gazprom von elementarer Bedeutung für den Klub. In der zweiten Liga soll der Schalke rund 8 bis 10 Millionen Euro von Gazprom kassieren. In der Bundesliga sind es angeblich sogar 15 bis zu 20 Millionen Euro pro Saison. Dass ein anderer Sponsor diese Summen springen lässt, ist dazu kaum vorstellbar. Dass die Partnerschaft beendet werden soll, steht dennoch außer Frage. Neben finanzieller Hilfe durch die DFN und deren Mitglieder, arbeitet Schröder mit seinen Vorstandskollegen daher an zwei klaren Strategien, wie man eben ohne Gazprom kurzfristig klarkommen wird. Die erste, Schalke zieht einen oder mehrere Sponsoren an Land, die kurz- oder mittelfristig aushelfen. Sprich, die vielleicht auch langfristig sozusagen dieses Konstrukt Hauptsponsor übernehmen, aber erstmal vor allem auch kurzfristig unterstützen. Die zweite Variante, Schalke schaltet eine Crowdfunding-Aktion. Dadurch könnten Mitglieder sowie Klein- und Großsponsoren helfen, die finanzielle Lücke zumindest bis zum Saisonende zu schließen. Damit hätte der Klub bis Sommer Zeit, einen neuen Hauptsponsor zu finden. Denn bei allem darf man natürlich nicht vergessen, es ist eben nicht so einfach, mal eben einen neuen Hauptsponsor zu finden. Normalerweise dauert sowas Monate bis Wochen dieser ganze Prozess. Erstmal einen Hauptsponsor zu finden, Verhandlungen zu führen, sich zu einigen. Das geht ja nicht von heute auf morgen. Natürlich hat man jetzt auch nicht seit gestern erst die Diskussion über Gazprom. Und natürlich braucht man dann ein gewisses Zeitbudget, wenn man das so sagen möchte. Deswegen könnten vielleicht beide Varianten wirklich Schalke erst einmal helfen. Eure Meinung dazu gehen mal in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.